Bild mit einem drum und dreien. Da kommt so mit drei Koffern und einem Rucksack an. Und eine Kutsche. Oh, 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 wer snipert denn hier? Am Supply Drop 105, Osten 105, da hängen sie rum. Oh Gott, wartet ihr Verrecken, ich will hier mich alleine verrecken. Oh, ja, ich seh'n. Da, sie kommen. Sie kommen! Ich mach' uns so ruhig. Einer genockt. Sehr schön. Zweiter genockt. Alter, läuft da hin. Stirb! Du! Bild! Er ist tot. Jawoll, einer war noch übrig. Er ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Ich seh' ihn. Es sind zwei, es sind zwei! Einer weg! Oh, der hat ja noch guten Wut. Oh mein Gott! Oh, das ist ein Schmerz! 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 Oh, hast du wieder nichts mitgekriegt von dem Kampf, oder? Ich hab' den von hinten mit eingeschossen, du Flahme! Oh! Fetzel, hi, grüß dich. Aber müsste hier jetzt noch nicht einer sein? Mehr bauen noch. Ich würde noch. Ne, das waren schon vier. Achso. Ich habe ja allein drei geholt, also. Da unten liegt auch noch der ganze Loot, ne? Hast du da Loot? Oh ja. Loot, 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 Loot. So schnell. Braucht noch einer Verbände? Was ist denn hier Loot, Junge? Das ist toll. Das ist gar noch heiß. Oh, iiiiih, schiftet das in den Wald drin? Das wird aber hässlich. Alter, Loot. Mehr bauen, Fetzel. Ja, das war doch auch. Was ist denn der Herr ist weg, Mann? Wesser, kommt ein letzter, lootet am schnellsten. Ich habe auch immer Hunter gespielt und auf alles gewürfelt. Ja, so einen kenne ich auch. Hunter in der Indie. Für mein Heal-Pad-Equipment. Und dann für auf Intelligenz gewürfelt. Ich bin auch intelligent. Ja. Ja, nein. Nein. Also ich finde, wir sollten am Rand lang gehen und von oben in die Zone droppen. Und dann drauf gehen innerhalb von fünf Sekunden? Okay. Ja. Das hört sich gut an. So sieht es aber aus, als hätte man... Osten, Osten, Osten. Okay, okay, okay. Osten, Osten. Der ist hier hinter das weiße Haus gelaufen. Hinters? Ja. Tschüss, ihr Idioten. Hast du... Hast du es geschafft? Hast du das? Sicher, voll Idiot. Ja. Der ist irgendwie 105 ungefähr. Ja, Südosten ist er jetzt unter dem Berg. Verdammt. Und der dreht sich gleich um mit seinen Freunden. Das war aber nur einer. Ab ihn. Ich will den Loot. Geh weg. Schade, dass Friendly Fire aus ist. Aber ich habe ihn doch getötet. Ja und? Ich habe gesagt, wo er ist. Kriege ich das... Kriege ich das... Kriege ich das Mad-Pack? Ja, meinetwegen. Nein. Oh fuck! ELA! 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 Hilft mir hoch! Hilft mir hoch! ELA! Wo kam denn das her? Keine Ahnung. Irgendwo 210 oder so. Da hat einer gesnipert. Ja, aber hola. Wo war ich gerade? Ja, er schießt auch. Ich sehe ihn! Ahahaha! Ja, da hinten ist er ja. Nicht auf den Fight einlassen. Jeder raus. Ich habe euch einen Arsch gerettet und habe die aufgedeckt. Inhalte im Übrigen war Elcibusy Town. Echt? Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Im Norden. Im Norden. Uiuiuiuiui. Jetzt wird das hier richtig spannend. Mal laufen. Ich komme! LOI! Alter, jetzt reicht's aber. Immer auf die Streamer. Der Fetzel sagt, der Fetzel kriegt hier schon Epileptischen. Mehr bauen. Wir müssen mehr bauen. Guck mal, mit Wand gemettet. Über uns aufm Berg, über uns Ost aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg. Hier kommt man von überall. Das hört sich nach Kameran. Das spricht man. Hier kommt einiges. Loll! Wo ist der? Hab ich ihn genockt? Ich weiß. Jetzt! Nein, hol dir den, hol dir den! Oder ne, hol dir den nicht, hol dir den nicht. Nein! Ich stell jetzt erstmal den Hirokazu auf. Jetzt stellst du mich auf. Genau, du machst noch den Highlight hier. Ist doch alles von dabei. Jetzt kommt er auch noch von rechts. Die kommt von allen Seiten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alter, ich scheiß mir hier gleich voll. Links von uns, links von uns! Oh nein! Ja! Hab ich gespottet. Ganzes Squad. Ah! Eine Granate! Oh nein! Das war's! Oh, Leute! Mit einer Granate! Oh, Leute! Happy Looting! Oh, guck, was die da los kriegen jetzt! Freigeschwein! Ey, wir waren, wir waren jetzt genau in der Mitte von vier Teams, ne? Ja! Aber ganz ehrlich, wir haben es vorhin im direkten Vergleich, haben wir nach zehn Sekunden abgeschissen. Aber wenn sie uns das allen Seiten in die Zange nehmen, das kriegen wir hin. War nicht schlecht! War nicht schlecht! Ja, komm! Einen machen wir doch! Ja? Einen machen wir doch! Ja! Ja! Ach!